Herzlich Willkommen zu einem Let's Play Star Wars. Weiter neben meiner Milchkack-Labor. Okay, da ist dieses Scheißvieh. Wir müssen aber hier lang. Und räumen jetzt erstmal den weg. So. Weiter geht's. Dann räumen wir den weg. Tschüss. Zack, zack, zack. So. Wupp. Wupp. Naja, das ist doch gar... Nochmal. Und zack. Und zack. Und. So, haben wir. Okay, das ist alles gar nicht so einfach. Zumindest finde ich das gar nicht so einfach alles. Wupp. So, jetzt sind wir hier. Mal diesen kleinen Pisser an. Der kriegt das Zeil in die Fresse. So, dann können wir weitergehen. So. Es gibt jetzt aber auch keinen anderen Weg, richtig. Ja. So. Ja. So. So. Also so rüber kommen wir auf gar keinen Fall. Also das... Okay. Upp. Ups. Dann hier lang. Und hier haben wir jetzt diesen blöden Pissar oben. Na den. Lauf nur. Du wirst nicht über... Brauchst du kurz Zeit? Ich werde die Schaff... Ich weiß nicht. Du hast mich gezielt? Ich weiß nicht. Hilf dich nochmal! Ich will mehr! Ich will mehr! Okay. Haben wir. So. So. Ich denke, dass wir das jetzt hier deaktivieren können wieder. Richtig. Richtig. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier runter. Hier ran. Hier rum. Hier hin. Ein bisschen vorsichtig sein. Hoffentlich bin ich über... Alter, du... Piss, Alter. Okay, weiter geht's. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Boah. War nur ein bisschen. Okay, ich denke, wir müssen das wieder aktivieren. Warte mal ganz kurz. Komme ich nicht ran. Ja, da komme ich echt nicht ran, Leute. Irgendwas fehlt mir noch an irgendeiner Macht. Okay, aktivieren wir es mal wieder. Hm. Geh mal weg jetzt hier. Okay, Nummer eins ist, ich kann diesen hier nehmen und mal dagegen feuern. Das war jetzt erstmal Nummer eins. So. Die Idee war ja schon mal gar nicht schlecht. Herr Seppo. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war. So, aber wie soll ich jetzt... ...hier weiterkommen? Ich kann ja nicht... ...hier hoch. Das funktioniert nicht, Leute. Ja, also das sieht ja im Blinder mit dem Rückschlag, dass das nicht funktioniert. Ich kann auch nicht mit dem... ...dingen agieren. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert nicht. Ja, hm? Ja. Ich... Ich weiß es nicht. Da hinten leuchtet was drin, das muss ich mir merken. Also. Punkt eins ist, wir können nicht drüber springen. Das ist ja klar. Ah. Heiliger Scheiße. Leute, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich tue das jetzt. Ich weiß es jetzt auch einfach nur... ...ein... 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 ...ein ich einfach verfolge. Alter, dieser Flammenwerfer, voll Idiot. Ja, jetzt bin ich hier. Komm schon aufständischer. Es tut weh. Es tut weh. Bitte hilf mir. Okay. Vielleicht war das doch alles richtig, was ich gemacht habe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na gut. Oh. Oh, 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 oh. Oh, okay. Runterschubsen kann ich nicht. Okay. Okay. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du... ...auf diesen Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das dem Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zehe die Schuld. Verzichtbare Ressourcen. Speichern wäre mal cool. Wirklich, speichern wäre mal wirklich gerade das Beste. Ja, lass mich doch jetzt hier einmal raus, blöder Hund. Ja. Der nimmt den auch noch. Ja schön. Zeig mir was du kannst. Tut's weh? Der schmerzt. Mehr! Hast du keine Ausbildung? Was ist das für ein Gefühl? Zu bluten. Enttäuschend. Jedi! Bitte, stimmt. Hilf mir, Böcke. Hör auf aufzuweichen und kämpfe. Komm zurück und kämpfe. Alter! Ich kann den nicht plotten. Wirklich nicht. Ich werde die Sache die Länge ziehen. Du langweilst mich. Mhm. Ich werde dich jetzt gleich da runter schleudern. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Alter, der hat so viel Kraft, ne? Blute für mich! Ja, sterb! Zu langsam! Du bist in der Welt? Gib dir mehr Mühe! Versuche wenigstens zu kämpfen! Alter Leute! Alter Leute! Können wir den nicht scannen, BD? Ich würde mich sehr freuen. Alter! Ich möchte gerne speichern. Und das ist jetzt mal wirklich mein absoluter Ernst. Geht! Ich habe die攻撃 von einem Ausdrückstrupp erhalten. Sehr gut! Ich glaube, ich habe das gesehen. Ja, er gehört, mir! Totalang! Schießt sobald ihr könnt! Verfolgt ihn! Ich muss den Verlust kompensieren. Alter, Leute. Ich dürfte dich bitte speichern. EA, bitte. Bitte? Ich... Oh. Was? Was krack gesehen? Oh, ich möchte auch nur speichern. Oh Mann. Ist das euer Ernst-Spiel? Na gut, probieren wir es. Warum nicht? Ich habe ja nichts Besseres zu tun, wie mich in den Tor zu stürzen. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht, Leute. Es ist immer unterschiedlich. Oder? Kann es sehen? Die haben immer eine Goldkante, richtig? Dark Goldkante. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich würde gerne speichern. Ich sage jetzt aber erstmal vielen Dank für's Einschalten. Bis morgen. Tschüss.